Oxid liegt äh Cold Brew, Oxid liegt für dich in der rechten Truhe drin. Das kann man hier noch snacken. Oh da snack ich mal kurz. So und dann müssten wir eigentlich. Warum denn immer auf mich? Er macht einfach die Tür zu, ich glaub's nicht. Ja natürlich, nicht dass der reinkommt. Der kommt glaub ich trotzdem rein. Haha, nicht wenn ich mit dem Speer hinterher stehe. Haha. Und du hast die Tür. Da ist noch ein Wollt neben. Das war die Tür. Der ist da, der ist drin. Alter. Alter Schwede. Schön. Okay. Wir haben jetzt gerade keine Tür mehr. Ich muss erstmal ganz kurz Holz holen. So. Mit der Fackel erschlagen. Ja, das ist aber mit dem Holzhaus jetzt nicht unbedingt die geilste Idee. Tatsächlich. Mit der Fackel könnte man natürlich. Ah, es tut schon Aua. Absolut klar. Aber im Holzhaus, ne? Holzhaus nicht so geil. Die Kur. Ist nicht gut. Die Mission, dafür dass die so, ich sag jetzt mal einfach klingt, eiern wir hier schon wieder ewig rum. Was ich, glaub ich, so mitbekommen hab, dauert, glaub ich, auch relativ lang, glaub ich. Echt? Ähm, kurz mal eine Frage, bezüglich des... Bitte? Ähm, des Leders. Leder? Brauchen wir das gerade noch? Oder ist das... Leder ist, ähm, Amboss immer noch wichtig, ja. Achso. Also du willst da noch mehr bauen? Ne, ich will noch die eine Axt für dich fertig bekommen. Ich brauch keine zweite Axt, alles gut. Hast du die normale? Ich glaub, ich muss ja so viel Holz gerade noch brauchen, alles gut. Mir reicht die normale. Okay. Ich, 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 ich hab eh noch 150 Holz im Inventar. Ne, dann passt. Es ging mir jetzt nur darum, ähm, also für Parzibert, liegt noch eine Spitzhacke, glaub ich, und eine Eisenachs da drin. Okay, das ist ja schon. Also das ist startklar. Haben wir eigentlich mittlerweile diesen Trinkschlauch? Haben wir noch nie gemacht, ne? Knochen fehlen dafür. Wir könnten einen machen. Ja, wollen wir das? Das hilft natürlich schon, wenn wir woanders hin müssen, wo das natürlich nichts ist, ne? Aber wir können ja auch schon mal, äh, so langsam nach den Katzspuren suchen. Ja, wäre, wäre eine gute Sache. Was? Wer ist noch ein Bär? Wo, wo, wo? Hinterm Haus. Hey, gut, dass ein Haus mehr als eine Seite hat. Da waren alle rings ums Haus rum. Da rechts hinten, da ist er. Hä? Da ist er. Wo ist er? Wo ist er? In die Richtung, wo ich guck. Ach, da hinten, ja. Ganz da hinten. Ganz da hinten, der war grad grad ziemlich nah am Haus. Wollen wir den mal gemeinschaftlich als Jagdgruppe erlegen? Na selbstverständlich. Ich sehe ihn bloß gerade nicht mehr, ach, da versteckt sich dahinter. Ich höre ihn nur. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Bereit? Party? Ja, ja, ich komm schon. Wer guckt nach da? Ja, er läuft jetzt da weiter hinter. Ich hab keine Pfeile. Ich hab auch... Ich kann dir welche geben. Ne, passt schon, ich kann mal welche machen. Zur Hölle seht ihr den Bären? Ach, da seht ihr den Bären. Aha. Okay, rein, ne? Mal den auch nicht. Oder? Okay. Okay. Könnten wir ihn töten? Oh, no. Ich hab ihn nochmal getroffen. Nein! Ich will den nicht looten! Oh, no! Wie doof einfach! Wie doof! Oh! Hauptsache, Patsi stirbt jetzt nicht, sonst ist das richtig bitter. Ja, da ist noch ein Wolf dabei jetzt. Sieht nicht gut aus. Oh, Patsi! Du hast ihn, oder? Der braucht nicht mehr viel! Oh, der ist weg! Oh, mein Gott! Ey, Patsi Bär, der Pfeil, der in deinem Rücken steckt, das kann ich erklären, ja? Es sind Sachen, es sind Dinge passiert, der Bär war schneller und ich hab einfach versehentlich an dem Bär vorbeigeschossen. Ich hab mir gedacht, wieso hab ich Schaden bekommen, wenn der Pfeil an mir vorbeiläuft. Jetzt weiß ich's. Das, das, das wollte ich nicht. Ja, das würde ich auch behaupten. Wolltet ein Co-Blue eigentlich schon wieder? Der, der Zwerg wollte mich ja auch grad looten. Da kann ich jetzt noch nicht mal was gegen sagen, ja? Das ist ja wirklich passiert. Der, der Luterzwerg. Der Luterzwerg. Entschuldigung. Luten, wenn sie bluten. Ja. Oh, dankeschön. Ey, jetzt brauch ich dann tatsächlich, mit ganz viel Liebe, mal einen Oxide. Kann mir doch noch irgendwo in der Nähe, also Wasser brauche ich und Oxide. Wasser ist in der Nähe, Oxide kann ich dir nicht besprechen. Da ist was. An der Felswand ist Oxide. An der Felswand? Ja. Ja, ich sehe es. Danke dir. Da kann ich nämlich schön mit der Spitzhacker ran. Boah, also ganz ehrlich, Egal was ihr tut, spart euch diese dämlichen Werkzeuge von der Station, die zu nehmen. Die Eisenwerkzeuge sind um ein so vielfaches besser als das. Ja, ja. Das ist sehr klar. Ah, das ist unfassbar. Es macht durchaus Sinn, bei so einer Mission so schnell wie möglich eben so eine Bude aufzubauen. Das macht absolut Sinn. Da laufen doch immer sonst irgendwelche großen Viecher rum. Da. Ach, Mist. Wieso, was brauchst du von den Viechern? Ich will noch ein bisschen Leder und Knochen und so Zeug holen. Ist auch okay. Aber, das hat nicht so ganz geklappt. Aber, das hat nicht so ganz geklappt. Nein. Nee. Aber wir sollten demnächst mal wirklich alle gemeinschaftlich da mal weitermachen an der Geschichte. Aber am besten wenn der Tag jetzt, der fängt ja jetzt gerade an. Deshalb würde ich sagen, ist das jetzt unser, unser Startpunkt, oder? Ja. Ja. Mal kurz. Ich brauche uns eine Oxide nachlegen. Was denn? Mal kurz. Was denn? gesundheit dankeschön hat mir gerade ein wenig das näschen zerlegt so hier haben wir die kiste ich bin manchmal aber auch echt besser danke meine lieben vielen lieben dank so haben wir hier noch bei cold blues salat stand was ja hat spuren sind bei mir ich habe sie entdeckt ja mal kurz bei cold blue der ist vor mir ich müsste eigentlich direkt bei dir sein es ist genau im dunkeln gestanden und im dunkeln habe ich euch nicht gesehen ok so so we we mark wo Boah! Was? Wo? Wo? Ah! Auf mir! Nice! Ah! Okay! Ich spiele jetzt noch nicht mal eben zwei Minuten, sondern so einen Hasen töten. Also wir müssen... Was ist das für ein Geräusch gewesen? Oh! Nächster Wolf! Das ist noch ein Wolf. Ich fliege wieder, weil ich ein Roadshot bin. Ach, Mann! Meine Güte, ey! Ich rette mal Code Blue, damit er wieder rumstehen kann, bis der nächste Wolf ihn zerlegt. Weiter versucht, den Hasen zu... Ich merke das schon. Da ist ein System dahinter, Code Blue. Ich glaube, wir haben noch einen Obstsalat bestimmt noch in der Wohnung, oder? Einer müsste noch da sein, ja. Also, von der Grundsätzlichkeit her ist es natürlich jetzt so, dass unsere Hütte jetzt genau falsch steht. Ich vermute... Ich vermute... Ich vermute mal, wir müssen jetzt nach I13, so wie es jetzt da steht. Und danach irgendwo bei J15... J15 ist der Abschluss. Warte... Oh, wow! Einmal komplett hoch. Ist ja belastend. So! Ich markier's mal. Aber gut, wir können ja immer alles Wichtige mitnehmen. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet, an und für sich. Ja, ich denke schon, dass da jetzt... Was haben wir da noch drin? Wir haben unfassbar viel Ähm... Eisenärzt noch. Ihr habt euch immer noch die Hypers nicht genommen. Crazy. Und... Freut mich. Äh, ich hab rausgenommen. Ich hab noch nicht rausgenommen. Ähm... Jetzt in der Kiste hier vorne. In der Richtung. Ja. Ich hab das ganze Eisen... Äh, die ganzen Eisenbarren jetzt dabei. Äh, sollte mal Eisenwerkzeug jetzt kaputt gehen, kann ich's... Äh, schmeiß das mal einfach hin. Und ich repariere's euch. Okay. Weißt... Komm ich da hoch? Ja bestimmt, oder? Ja, ja! Yes! Ich bin der König der Welt! Wenn du, äh, Glück hast, äh, das große Biest erlegen, können wir auch vielleicht ein Stonehouse bauen. Ja! Ich denke auch, dass mit den Ressourcen, oder mit den XP, die wir jetzt haben, kommen wir ganz gut hin. Äh, Partibert hat, glaube ich, ne, Code Blue hat, glaube ich, ähm, den Punkt schon gesetzt. Dann wandern wir mal los, ha? Deal, würde ich sagen. Deal. Okay. Also, bringen wir's hier auch noch. Okay. 10 Uhr ist schon, ach, das ist ja wunderbar, in der Zeit hier. Sagt mal Bescheid, wenn ihr noch ein bisschen Oxygen findet. Und noch... Ah, da ist noch was, alles gut. Und dann hinter euch. Alles klar. Ja. Ja, was? Gut. Ich tue noch was trinken, bevor ich weitergehe. Okay. Ich kann das Feld nicht abbauen. Nice. Da ist ein Wolf. Äh, warte die doch noch mal auf mich. Nee, ich habe wirklich kein Oxygen mehr. Äh, Katas, wer von euch noch was am Start? Äh, ich kann noch was organisieren hier, ja. Ja. Ich krieg schon Damage. Schau, dass du zu mir kommst. Irgendwie, warte mal kurz. Ich muss auch alles gerade gucken, wo der nächste Oxygen ist. Warte, ich habe was. Äh, ja. Also, ich kann dir auch was geben, aber wie du magst, was kürzer für dich ist. Das Feld, wo ich nebenstehe. Das ist am kürzesten. Hier ist noch eine Höhle. Wieso sind hier überall Höhlen? Das ist ja insane. Wo bist du? Äh, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ist gut. Ah, hast schon, okay. Ich konnte das eine Feld nicht abbauen aus unerfindlichen Gründen. Okay. Aber das konnte ich jetzt abbauen. Okay. Ja, Höhlen, Höhlen, Höhlen findest du jetzt scheinbar. Also, jetzt haben wir schon, so diesen Punkt erreicht scheinbar, wo man, wo man jetzt Höhlen einfach gut findet. Ja, weil wir wahrscheinlich das Eisen benötigen. Weil, genau. Weil du es brauchst. Ja. Und wir jetzt dann leveltechnisch auch einfach auch soweit sind, ne? Ja, das ist noch zu wichtig. Also, mit ganz viel Glück haben wir tatsächlich dann, ähm, haben wir tatsächlich dann, ja, aber demnächst kann ich ja, ich könnte ja jetzt neun Punkte vergeben. Also, ich könnte neun neue Sachen lernen. Ich mach's ja bloß wegen dem Stonehouse jetzt gerade nicht. Damit wir dann halt maximal Stonehausen können. Ey, Markus, ich wünsch dir was. Hau rein. Lass dir gut gehen. So. Gut, alles mitgenommen. Wann geht's weiter? Ey, Leunog, auch dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Ja, ist ja schon wieder spät. Ja, ja. Zeit, dass wir die Bestie fangen. Ich bin neunerstiger Abend sehr spät. Mhm. Ein bisschen Oxide habe ich denn überhaupt? Ein bisschen kann ich noch. Es geht schneller. Und nicht nur schneller, sondern, also der, der mit der, so wie das aussieht, hast du mit der Eisenspitzhacke auch einfach nen, ähm, größeren Abbauradius. So würde ich's nicht definieren. Ja, das hast du. Stehe eh auch dabei. Also du kriegst, du kriegst halt einfach nicht mehr. Also es wird halt einfach nur viel, viel schneller gemacht. Ja, und mehr bekommst du auch. Echt? Mhm. Du hast 150% Ertrag. Ah, okay. Boah, 100 oder 125% Ertrag. Haust halt einfach viel, viel mehr mit Liebe drauf. Dann wird das schon. Und natürlich der Radius ist auch größer, dass du das schneller abbauen musst. Das ist super. Du brauchst schnell abbauen und bekommst mehr dabei raus. Das ist gut. Dann brauchen wir den Stahl als nächstes, ne? Ja, aber das dauert noch. Ah, Patsi sagt doch nicht so was. Jetzt schauen wir mal. Einer von euch ist ja schon da, ne? Ja. Ja, wenn ich, wenn es da ist, wo, wo man sein soll, dann bin ich da. Oder ob es, oder es ist oben. Da bin ich noch nicht da. Und was suchen wir hier? Ach, Kratzspuren. Kann schauen. Oh, ein Volt. Kratzspuren, also. Kommst du zurecht, Patsi? Ja. Weil ich mein, ich bin gar nicht mehr so wirklich drin. Das muss hier sein. Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Okay. Ach, da ist er. Ich schaue, ob der ist weggeklitscht. Mr. Blue! Sah gut aus. So, Freunde der Sonne. Ah. Ach, komm. Dämlichen Fall zu werfen. Ah. Der läuft doch auch nicht zu. Zwei Mal direkt vor der Nase vorbeigeschossen. Jep. Zehn. Ist das mit? So. Irgendwo in die Richtung, glaube ich, werden wir fündig. Nein, echt jetzt? Oh no. Nee, nur leichte Winde. Ist gut. Aber noch ein Wolf. Dann kann ich jetzt aber nicht kämpfen. Okay. Okay. Das ist ein Bär. Äääähm. Ich versuche den. Den gibt es ein Bär. Äääähm. Okay. Au! Ich versuche den. settled. wölfe bei mir einen habe ich erwischt einer ist noch da ich lieg tot auf dem wolf ist nicht in ordnung in keiner welt gibt es doch nicht so sind wir nicht ich bin auch da über mir ist ein bär vorsicht vorsicht bei mir ist ein bär irgendwo was hier gerade in dieser situation ich schlechtes vorsichter links von dir muss ein bär sein links von dir aber da ist der irgendwo noch weiter links hinten an der mauer also an dem an dem bus hoch geht da genau noch mehr links und dann geradeaus war schon so weit links das schaut auch sehr gut aus wie das macht ja ich spüre das so wie gesagt da war jetzt irgendwo gerade noch ein bär am start so ok jetzt ist die frage freunde wo ist hier hier ich hab's gefunden ich nehme ich auf stehe mich auf stehe mich auf schnell gibt ihm alles der hält nicht mehr lang der muss schon jetzt weg und bald wird alles gut hollange hat er nah ist so wohl ok ich habe auch nichts mehr zu essen ja ich bin schon wieder was ein paar sie bis der letzte nehmen wir nehmen wie liegen alle sein der party ist doch noch da und kämpft gegen wolf oder ich habe auch kein leben gehabt er hat mich noch einmal an hinten müssten ja dann würde ich sagen mach man der stelle morgen so weiter können wir nicht weil es ja ja können wir schon aber das problem ist halt dann ist unser werkzeug weg warum weil die leichten die spawner und wenn wir jetzt zum wieder erscheinen halten machen dann kommen wir irgendwo raus und wenn wir die leichen nicht holen kommt auf arm wo man jetzt ein sport wenn man zu weit weg bauen aber ich sehe nichts ja gut immer aber wir sollten halt die stationswerkzeuge holen wir sonst sind sie dann dürfen wir sie noch mal zahlen oben ja gut wobei die dinge halt echt von einmal sind reicht ja wenn ein paar ziehen kannst du allein den weg zu uns laufen und uns retten ich bin ja offiziell bewusstlos noch ich bin gerade gesprungen ich bin am ende der welt rausgekommen wo seid ihr du bist ziemlich bei mir rausgekommen ja wo seid ihr gut kommt ich bin ich bin ich bin Untertitelung. BR 2018